Jo, Mehmet, hast du jetzt auch so einen Fidget-Spinner geholt? Ja, Mann, für einen Euro. Ganz günstig. Zum Frixen absolut richtig gut. Scheiße, ich hab zehn bezahlt. Was ist denn Quatsch, Mann? Wieso bezahlst du zehn Euro? Keine Ahnung. Au, warte, ich bekomme ein Signal rein. Was? Ach, das ist Schükrü. Ha, Telefon für zehn Euro. Geil. Alter, Digga! Was macht ihr denn hier, Mann? Wir wollten hier gerade ein Fidget-Freestyle-Video drehen. Die Dinger sind doch voll auf, Mann. Was ist denn da drin? A-Bag, 13 Kugel an, oder was? Die Dinger sind doch nicht auf, Mann. Alles cool. Ich will bestimmt, was los ist. Genau. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo? Leute, wo seid ihr denn? Hallo? Dinger Mann, was soll die Scheiße? Die denken, die sind cool, weil die ein paar Tricks drauf haben. Wisst ihr was? Ich zeig euch jetzt mal meine Tricks. Brinca! Aij baila! Toramundo! Let me see you jump! Brinca! Aij baila! This video is learned by the pop pop-shop.eu